Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch in den epischen Herausforderungen der 10. Woche Fortnite 2 Season 6 müssen die herabsteigenden Vorratslieferungen Schaden zufügen und zwar 100 Stück. Bedeutet, wenn der Ballon oder die Vorratslieferung sinkt, einfach in den Ballon schießen und 100 Schaden ist schnell gemacht. Er kriegt Damage. Mehr Damage. Er kriegt immer mehr. Er hat noch 190 Klee. Schießen weiter runter. Ja gut. Ich habe ein Gegner hinter uns. Damit wäre dieser Auftrag auch abgeschlossen. Danke fürs Zusehen und Tschüss.